Geht's schon rausdrucken? Das kann ich sicher ganz hin. Ja, Papa, da musst du aber... Das geht so blöd. Wie gesagt, der ist nachher hin. Ja, der ist ja wurscht. Voll wurscht, oder? Das ist ja quer, du, dass du ja wichst, oder? Nein, das ist ja so ein Quer, was da drinnen in der Fläche ist. Nein, nein, ich kann das mal mit dir gerne raus. Ja, geht eh so raus. Habe ich mich nicht verpunt, aber wie ist es? Heidremen muss das mal gleich mal, gell? Ganz leicht, aber nur. Kannst du kurz herkommen? Ja, ich will nach links, ja. Also nach rechts und rechts. Voll nach rechts rum. Ja, ja, stopp, stopp. Ja, ich mag ja dank von Schad, ey, der piecht nicht. Ist aber auf neutral. Jetzt fliegt's grad. Die reparierten Flieger, der von der mann neutral einsteht, da fliegen sie nie grad. Geil. Ich bin voll der Mäh-Fan. Nur weil's nicht runtergefallen ist. Nur weil's nicht runtergefallen ist, genau. Ja, Windstehen muss sein, danke. Wir müssen die große Arme aktivieren. Und mich rum hinein, ja. Und mich streng jetzt, der von dem drinnen geht. Jetzt sehe ich ihn immer nicht. Jetzt wird's langsam wieder. Landtl? Nein, es ist nichts. Du landst aber schon weit weg. So. Stefan! Stefan! Ich hab' ja nicht mal gedacht, ich hab' was gesehen, ich hab' ich mal hängen. Ich hab' mich alle hängen, was? Oh. Ja, ich hab' ich in Stalingrad. Ich hab' ja auch noch. Ich hab' ja gesagt, ich hab' ja nicht geschmetzt. Das ist so schlecht.